Deine Meinungen beeinflussen dein Verhalten im Alltag. Aber wer sagt dir, dass du mit deiner Meinung immer richtig liegst? In der Good Habits Lesson Deine Meinung auf dem Prüfstand erfährst du, wie du deine Ansichten kritisch hinterfragen kannst. In 5 Aktivitäten lernst du, wie wichtig Zuhören ist und wie du dir fundierte Meinungen zu Themen bildest. Finde in einem Video heraus, warum wir so ungern unsere Meinung ändern. Mach das Assessment und erfahre, wie offen du gegenüber anderen Meinungen bist. Lies nach, warum es gut ist, Fehler zu machen und wie wir aus Fehlern lernen können. Lerne relevante Gesprächstaktiken und finde heraus, wie es dir gelingt, andere besser zu verstehen. Am Ende stellen wir deine Ansichten auf den Prüfstand, um sie kritisch zu hinterfragen. Hinterfrage deine Meinungen und bleib offen für Neues.